Zwölf Meter lang, im Einsatz 36 Tonnen schwer und topmodern ist das neue Tunnelwaschfahrzeug der Straßenmeister Rhein. Wir haben immerhin 23 Kilometer Tunnels in Salzburg auf unseren Landes- und Bundesstraßen, für die wir zuständig sind. Und mit dem neuen Gerät wird es wesentlich besser und effizienter, diese Tunnels auch zu waschen. Das ist notwendig, auch für die Sicherheit der Autofahrerinnen und Autofahrer. Und da wird es auch in Zukunft schneller gehen, wenn dieser Tunnelwaschvorgang auch dann vonstatten geht. Untertitelung des ZDF, 2020